Ich hab kein Problem, wie das was geht eigentlich. Dreizehne Bilder. Aber da steht doch hinten und vorne nicht, oder? Wie soll das gehen? Vielleicht stand von 1,86. Was? Nee, ich glaub, du musst es wohl weiter weg machen, ne? Nein! Hast du dein Rechtsfolgen? Hast du aufs Pus gedrückt? Ja, das war eine Stimmung! Aber da soll ich nicht passieren! Wie soll das Handy das erfassen? Ja, das kann das! Was kann das wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es hat jetzt 43 Grad. Und wir gehen gerade zu einem Rooftop Pool. Oh, nun schau ich ein bisschen rot, ne? Das kommt nur von der Wärme, ne? Nicht Sonnen gebrannt. Wir sind immer noch bei Kohl's. Wir haben es den ganzen Tag nicht geschafft weg zu gehen. Jetzt sind wir schon draußen. Aber wir sind immer noch nicht weit gekommen. Wir sind bei Kohl's. Wir müssen noch mit der Straße fahren. Anstrengend. Ich liebe es wie langsam hier einfach gehen. Wir haben es nicht in den Rooftop Pool geschafft. Weil es 35 Dollar kosten würde. Nehmen wir jetzt ein Uber? Oder nicht? Niemand hat einen Plan, was wir machen. Wohin? Ey, guck mal! Ey, das ist die 190! Leute! Wir haben es geschafft, die fünf. Wir sind in der BIM. 15, 57 und 59. Wir wollten so um eins oder so weg gehen schon. Um eins war jeder schon so voll ungeduldig. Und dann, jetzt ist es einfach halb fünf. Wir haben es immer noch nicht zum Strand oder zu irgendeinem Wasser geschaut. Es gibt einen Delay. Bitte? Ich finde, wir sollten einfach zum Hostel zurückfahren. Das hält jetzt ihr davon, wenn wir einfach zum Hostel zurückfahren. Wunderschön. Hier eine wunderschöne Bahn. Wir müssen nach der anderen Seite rüber gehen. Wir fahren jetzt einfach zurück zum Hostel. Es reicht. In zwei Stunden unterwegs gewesen. Und nichts auf die Reihe gebracht. Und jetzt gehen wir wieder. Jetzt fahren wir wieder rechts. 43 Grad. Es ist nicht das Wetter, in dem du zwei Stunden in einer Stadt festhängen willst. Es ist jetzt 17.17 Uhr. Und wir sind immer noch nicht so, oder? Um Hostel. Und wir sind jetzt noch von Coles. Und jetzt gehen wir. Ein altes Kings! Wir sind jetzt eingereuya. Was bedeutet L.A.G.A.F.E.U.E.R.L.E.D. Und hier, weil es hier geschieht. Ich kann es nicht mehr so gut, aber ich kann es nicht mehr so gut. Ich kann es nicht mehr so gut, aber ich kann es nicht mehr so gut. Es ist eine Schwester, aber es ist ja so cool. Es ist ja so cool. Ich bin so super, ich will meine Brüste. Also, es ist eine Schwester hier. Oh, ja, das ist doch super. Zeigst du dich von deiner schönsten Salte? Wow! Wow! Warte, 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 warte. Kannst du auch Augenblutze? Ja? Kannst du das? Kann. Oh, meine Haare sind salzig. Er hat einfach noch nie einen Apfelkopf gegessen. Nein, den habe ich noch nie. Wie geht das? Ja, von McDonalds. Also, ich glaube, ich habe schon mal eine richtige gegessen. Oder einen Apfelkopf. Ja, okay. Ja, aber wie kannst du nie einen Apfelkopf von McDonalds? Nein, McDonalds habe ich schon gegessen. Ja, aber das ist nicht vegan. Tschüss. Tschüss. Tschüss.